Ich bin nur schon da runter gesprungen. Alter, schiebt ab! Geht doch. Alter, das gibt es nicht, ne? Oh, verdammt, keine Muni mehr. Was? Willst du mich verarschen? Ja. Alter, was war denn das für ein Longshot hier von dem? Ähm, ja. Ich brauche Hilfe. Von selbst schaffe ich das leider nicht. Alter, nicht schlecht. 31 Iridium. Habe ich, glaube ich, eben gerade gekriegt. Oder weißt du? Insgesamt. Das ist nicht schlecht. Sonst habe ich nämlich gerade 31 Iridium-Block eingesammelt. Das ist ein bisschen heftig. So, ich glaube, hier war irgendwo noch so ein Waffenteil. Drei von vier, wahrscheinlich nicht vier von vier. Nein, natürlich nicht. Kannst du schon mal schnell Reise nach Dings aktivieren, nach Sanctuary? Dann mache ich nochmal, dann können wir da ja noch die abgeben und dann machen wir sonst Schluss einfach. So, Leute, wir können am Wochenende ja wieder zocken, ne? Wir können ja eventuell am Wochenende wieder ein bisschen mehr. Ja, sonst vielleicht morgen. So. Alter, du Rorschle, gerade richtig laut. Viel besser. Hier ist ein Briefkasten. Oh, keine Post. So, Sanctuary. Sehr schön, dann würde ich mal sagen, geben wir mal die Mission ab hier. Dann kaufe ich noch kurz ein. Waffen, wundervolle Waffen. Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht mehr brauchst. Nee, nee, nee. Ich glaube, der Pfeil bedeutet, weiter nach oben muss man, ne? Ja, natürlich. Was soll der denn sonst heißen? Weiter nach rechts? Ja, kann sein. Jetzt ist Schluss. Bistens ist der halbe Sieg. Explosivschaden. Kann ich beide eigentlich nicht so gebrauchen. Jack, Lelis und der Krieger sind am Heroes Pass. Und dahin gehen wir jetzt. Das ist der letzte Kampf, amigo. Okay. Jetzt ist das Level. Wahrscheinlich, ja. Wollen wir das jetzt schnell machen? Ähm, dann will ich aber kurze Pause machen. Wenn wir das eben noch schnell machen wollen. Ja. Weil... Ich muss pinkeln. Achso, das können wir machen. Ich dachte, du meinst jetzt irgendwas wegen Essen. Nee, nee, nee. Gegessen habe ich schon. Warte, mach, mach, mach. Alles klar. Für Pandora! Für Pandora, juhu! So, alles klar. Ich unterbreche kurz die Aufnahme. Bis gleich. So, ich habe fertig gelullert. Und deswegen... Gelullert? Das ist ein zweiter G. Das ist auch so ein kleiner Luller, Mann. ...habe ich nun das Gefühl, dass meine mentalen Prozesse überraschend konzentriert sind. Ich habe nur zwei Worte für dich. Die vielleicht wichtigsten zwei Worte, die je auf dein Lauer gesprochen wurden. Oh, jetzt mehrere Worte. Töte Jack! Oh, hey Mann! Sehr schön. Ellie und ich haben gerade über dich geredet. Jetzt sieh zu, dass du lebend zurückkommst, ja? Und wenn's geht, dann bring bitte Jacks Kopf auf nem Spieß mit. Ah, okay? Geil, was krieg ich von der? Ich will den Schiff des Hoxers ausführen und Nachos daraus essen! Oh, hätte ich fast vergessen. Ellie und ich haben was für dich. Hoffe, es hilft. Und was hast du von der bekommen? Oder von Scooter? Eine Granade. Eine Granade? Oh, die sah echt scheiße aus. Okay. Wow, ich kann wählen zwischen Elementar Artefakt, Schockschaden plus 9% oder Schockschaden plus 11%. Oh, schwere Entschneidung. Heftige Wahl. Ja. Longboard Transfusion. 1284x7. Oh! Prost wie? Sonst würde ich sie nämlich nehmen. Ah, ich überleg gerade. Ich muss mal gucken, ob die mehr Schaden machen. Ich dachte, du könntest es gebrauchen. Sie würde mehr Schaden machen als meine. Und Transfusion könnte ich gucken. Uh, ein dicken Schild. Von, ähm, Dr. Z. Ich guck gerade mal, ob ich auch... Dr. Z! 3255, guck dir den mal an, ob du den gebrauchen kannst. 3200? 200. Er hätte 600 mehr, aber... 300 Leben Differenz nö, 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 du. Ich, ähm, bin eigentlich mit meinem zufrieden. Ich hab, ähm, Feuer-Nova. Ja, egal, dann fertig. Ich warte bei Clap-Crap, aber... Achso, wir können mit mehr reden. Was ist? Ne, ne, ist schon gut. Ah, cool, dann würde ich sagen, reden wir mit noch mehr an. Ich geh zu Moxie und so. Alles klar, dann nehm ich Marcus. Da kriegt man bestimmt ne geile Wache. Bei Moxie kriegt man bestimmt Prostfotos. Äh, geil. Verdammt! Warum bin ich da nicht hingegangen? Scheiß auf Waffen. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Steel hat? Ich hab langsam genug von diesem Handsome Jackass. Erledige ihn, dann wirst du nie wieder für einen Drink bezahlen. Oh, auch nicht weg. Und? Sie hat eine SMG. Eine gute? Ah, ne, wirklich. Aber sie ist besser als meine Combat Riffle, also. Und sie hat... Ja, okay, sie hat halb so viel Munition drin und macht 40 Schaden mehr. Ja, okay. Mal testen. Ich rede mal mit Marcus. Jo, ich steh bei Hammer-Roll. Jackass, eine Bohr auf Waffen kickt mich fast aus dem Geschäft. Aber das ist nicht der Grund, warum ich seinen Tod will. Ich will ihn tot sehen, weil er ein gieriger, mordender Bastard ist, als wäre er besser. Ja. Viel Glück! Boah, was haben wir hier? Kannst du vielleicht brauchen? Und was gibt der für einen Tod? Ähm, Slack Grenadier, ne, äh, Combat Riffle, 428 Schaden. Nun, mein alter Freund, ich wünsche dir das Beste. Komm, gib mir mein Teilarm. Das ist ja geil. Aber bevor es mir erst da hinten kommt, das kannst du vielleicht gebrauchen. Eine Sniper, Slack, 1000 Schaden oder so. Bäh. Äh, ne. So, noch mehr Leute. Wunderschön. Oh, ich hätte das gerne auf Englisch gewählt. Ja. Oh, dann machen sie Clap-Trap, ne? Ja. Ach ja, irgendwie gibt's ne Trophäe, wenn du Clap-Trap, ähm, High-Five gibst. Ich weiß. Wie geht das? Kannst ihn ab und zu anreden und, äh, gibt's da Coup, High-Five geben und dann macht er hoch und dann musst du gegenhauen. Ah, okay. Scheiße gibt es jetzt natürlich nicht. Ich wusste nicht, dass man gegenhauen muss. Hätte ich mir eigentlich denken können. Kannst du aber eigentlich jeder das nicht machen, nachdem du, äh, hier warst. Okay, ich bin beim Teleporter. Sehr schön. Hab ich die Trophäe bekommen, dann teleportier mal los. Ach, ging's? Ja, ja. Der Kommander Kriegerskope, ne oder weniger. Wow, Ton ist weg. Ist ja hammergeil. Geht auch. Viermal ein Schuss, ein Kill-Schaden. Da ist guter Klaas-Mod für dich. Seh ich gerade. Aber Schildkapazität minus 518. 15.000, alter Schild. Ähm, ich muss mal kurz auf meine Skills gucken. Ein Kill, ein Skill? Nein. Ein Schuss, ein Kill war das. Hä? Ein Schuss, ein Kill. Da, da hab ich eh nichts drauf geskillt. Äh, lass ich lieber. Auch wenn's geil ist, aber da muss ich sonst dann das nächste Mal wieder draufskillen und dann hab ich wieder da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen und das gefällt mir nicht. Nimmst du, ähm, jetzt eigentlich das... Hä? Nimmst du eigentlich jetzt noch aus den Granaten? eigentlich vertickt, also. Ach so, also, gut. Ein anderer Spieler benutzt gerade das Catch-A-Ride. Ui. Jeder von uns naht. Nein, ich hoffe, wir müssen spawnen. Na, da dürfen nicht zwei stehen. Äh, ich fahr. Ich, da du fährst. Ja, wir sind die Zeit. Klappe da oben. Scheiße, da komm ich nicht ran. Oh, und Monster lag gerade bei mir. Ja, jetzt läuft's wieder. Alter, und jetzt schießt, ähm, sein Dings auch noch auf mich. Äh, auf uns. Arnus. Sein Raumschiff, Basis-Teil. Ja, sein Arnus, genau der. So, Clappy. Clappy, Clappy. 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 Oh Gott, ey, wie abgeht. Clappy abgeht, er leid. Bitte, mit dir gleich geht ein Pferd auf die Linie, zieht Kopf aus irgendwie sowas. Ne, äh, Clappy ist, glaube ich, so trottelig, äh, der ist zu schlecht, um drauf zu gehen, weiste? Und, oh. Okay, jetzt vielleicht schon. Jetzt, wo er sich gerade beschwert. Clappy hat Eier, beschütze Clappy. Okay, ich übernehme die Lenke hier. Och, was war jetzt mal Grid reingeknüllt. Oh, cool, dann geht's gleich weiter hier. Und gedacht, Untertan, ich hab mich bei der Steuerhunde entzahmt. Lass mich diese Tür öffnen. Eine Tür? Glaubst du, eine Tür hält mich auf? Ta-da. Ich bin dafür geschaffen, Tür zu öffnen. Ta-da. Todesmauer. Fußklepplepp. Da vorne. Weil sie, der hat sich doch gefahnt. Er hat sich doch getarnt. Ne, da ist er. Und öffne dich. Zugriff verweigert. Und öffne dich. Oh, voll verkackt, Flap Trap. Das war so klar. Ja, Angel kann uns ja nicht mehr helfen. Vielleicht Lilis gleich. Ja, ich bin raus. Danke, Flap Trap. Oh, mit C abgestürzt war das Spiel. Okay. Bist du noch drin? Frechheit. Ja, mach das. Ja, ich bin noch drin. Alter. Alter. Ihr kleinen Sackgesichter hier. Dann halt. Schrot, ne? Ach. Kommt schon. Warm, 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 warm. Auf die Beine mit dir verlassen. Und hopp. Warm, der ist Matsch. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe die Verteidigung runter. Und zwar, Willikist. Abduiere zusätzliche Türverteidigung. Geschütze eingesetzt. Oh, ey. Alter, ich mache einen Abflug und snipe drauf. Automatisch geschützt mit Blasenschild. Scheiße am Stiel. Da haben wir noch mehr Bots. Vorsicht. Scheiße am Stiel. Schaffst du das? Ja, ich hoffe es. Bleib am Stang hier, bis mein Geschütz warst tot. Das wird am Laufen. Ich bin schon da. Ich musste gerade nur noch nachladen. Grenade. Ach, das ist sehr cool. War es das mit den Geschützen? Ja, das auch, nein. Nein. Das meine, dass die Longhole Transfusion Rene ne Mürf gleichzeitig ist, die eben einfach nur Verfolgungs-Mini-Dinger rausschießt. Ja, genau das sind meine nämlich auch. Deswegen, das wäre praktisch nur noch eine Verbesserung in meinem Gegensatz. Überall. Wer der es ist.